Welche Themen sollte der neue Papst als erstes angehen? Ich denke ein Anliegen, ein wichtiges Anliegen ist, dass wir glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen Jesu Christi werden, dass wir in einer Sprache sprechen, die die Menschen verstehen, dass wir bei den Menschen sein, auf sie hören können, dass wir die Anliegen der Menschen kennen, dass wir versuchen vom Evangelium her diese Anliegen aufzunehmen, auf sie einzugehen.